Die Aktienrente ist vom Tisch, zumindest vorerst. Was die Mitteilung vom 27.11.2023 für deine Altersvorsorge bedeutet und wie ich persönlich darüber denke, erfährst du in diesem kurzen Video. Unter 80% der Menschen, die meinen Kanal hier schauen, nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn du mir noch ein Abo dalässt, damit du solche wichtigen Informationen in Zukunft nicht mehr verpasst. Die meisten von euch werden mitbekommen haben, dass die aktuelle Bundesregierung aufgrund einer, sagen wir mal, nicht so optimalen Haushaltsgestaltung ein Finanzierungsproblem so schnell wie möglich lösen muss. Ein Hebel dafür ist die Streichung von diversen, eigentlich schon beschlossenen Vorhaben in Milliardenhöhe. Und eines dieser Vorhaben ist die Aktienrente, welche 2024 mit einem Startkapital von 10 Milliarden Euro implementiert werden sollte. Zwar betont die FDP, dass die Aktienrente nur verschoben und nicht aufgehoben ist, jedoch muss man hier, glaube ich, ein wenig skeptischer sein. Das Handelsblatt beschreibt die Reaktion der FDP wie folgt. Die 10 Milliarden Euro Einzahlung in das sogenannte Generationenkapital habe man nun mit dem Nachtragshaushalt verschoben, weil es in der Koalition bisher keine Einigung über das Rentenpaket gab. Zwar sind sich Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil weitgehend einig, aber Wirtschaftsminister Robert Habeck blockiert das Vorhaben noch. Klingt für mich persönlich jetzt nicht 100% sicher, auch wenn ich persönlich echt ein Fan der Aktienrente bin. Hier würde mich mal deine Meinung interessieren. Findest du die Idee der Aktienrente auch grundsätzlich gut und richtig oder hast du hier eine ganz andere Meinung? Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Zudem findet bereits im Jahr 2025 die nächste Bundestagswahl statt und ob dann die bei vielen Parteien nicht unbedingt beliebte Aktienrente wieder ihren Platz findet, ist leider ziemlich fraglich. Wir können uns jetzt natürlich alle darüber ärgern, aber schlussendlich bringt uns das relativ wenig. Ich persönlich fokussiere mich nämlich immer auf meinen eigenen Wirkungsbereich. Das heißt, was liegt zu 100% in meiner Verantwortung und entsprechend auch in meiner Kontrolle? Die Entscheidungen der letzten Tage zeigen nochmal, dass wir uns bei der Altersvorsorge einfach nicht auf die Politik verlassen dürfen. Das wäre übrigens selbst mit der Aktienrente nicht der Fall gewesen. Denn bis diese mal wirklich greift und Rendite abwirft, wird es doch noch einige Zeit dauern und viele Menschen werden niemals davon profitieren können. Wir müssen alle selbst initiativ ergreifen und unsere Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel eine kostengünstige und renditestarke ETF-Rentenversicherung, welche dir eine lebenslange Rente garantiert. So mache ich das und auch viele unserer Kunden. Falls du hierzu keinen kompetenten Ansprechpartner hast, den Link zu unserer kostenlosen und unverbindlichen Online-Beratung findest du hier unter dem Video. Und falls du dich im Vorfeld zur Beratung noch ein wenig mehr über die ETF-Rentenversicherung informieren möchtest, solltest du dir jetzt das hier verlinkte Video unbedingt auch noch anschauen.